Hallo und willkommen zurück zu Let's Play, ja, Together Minecraft normalerweise. Aber da Pat immer noch kein Internet hat, bin ich heute alleine. Und da er mir jetzt einfach nicht reinquatschen kann, mache ich jetzt, was ich will. Und was auch schon, ja, jetzt geht's wieder, was schon häufig gefragt wurde. Und zwar werde ich mir jetzt eine kleine EXP-Pfalle bauen. Und dafür brauche ich Glas. Super, haben wir einiges von da, man sieht's. Das heißt, ich werde gleich irgendwo nochmal in die Wüste müssen. Schaufeln habe ich genug dabei. Zur EXP-Pfalle werde ich dann später noch was erzählen. Jetzt mal schlafen, legen, Runde. Denn, ähm, ich benutze den Spawner, den wir bei unserer, ja, im Prinzip zweiten, was ist das denn? Sehen die schon immer so hässlich aus? Ähm, darf ich einstellen und meine Performance war's nicht, Quality? Fancy? Das hängt nicht so aus, oder was? Komisch. Sehr komisch. So. Wie gesagt, schnell in die Wüste rennen. Knochen hier mitnehmen. Denn, ähm, ich würde es gerne so gestalten, dass man die Monster auch sieht, wenn sie fallen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob das da nicht zu hell ist. Ja, wir werden's einfach mal ausprobieren. Unten brauche ich auf jeden Fall Glas. Ja, alles da, gut. So. Schnappen wir uns hier die ganze Sonne. Ähm, zu Pet kann man ja soweit sagen, ey, bekommt, wir haben heute Montag. Er bekommt morgen dann auch endlich Internet von Unity Media geschenkt. Und wir werden dann morgen auch sofort wieder den Aufnahmemarathon, sagen wir mal, starten. Mit Fußballmanager, äh, Minecraft müssen wir auch mal wieder. Ich nehme jetzt, ähm, ach, kann ja bleiben. Ich nehme jetzt ein bisschen auf, um bis zum, hm, bis zum Freitag um genau zu sein. Da wir das ja immer so machen, dass einer die drei Tage FM hochnäht und einer dann zeitgleich quasi drei Tage Minecraft. Damit einer nicht wie drei Parts oder zwei Parts dann einfach durchladen muss. Das ist, das ist nur fair, haben wir uns gedacht. Sollen wir die mal kurz hier unten reinlegen. Ich nehme jetzt mal drei Stacks Sand mit. Und, ähm, werde dann, ich denke mal, Ofen mitnehmen, damit ich nicht mehr hin und her rennen muss. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ich hoffe, Ramses wird uns verzeihen, dass wir hier seine Blüste ein wenig kleiner machen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Gibt bestimmt Spannenderes jetzt hier als Sand zu klopfen. Aber wie gesagt, ich brauche halt etwas Glas, um Glas zu haben, ist ja nicht schlecht. Ich wollte jetzt gerade fragen, warum da eine Truhe steht, aber das wissen wir ja noch. 20 fehlen noch. Los! Yes! 59, 60, 1,2,3,3,6,4. Los, zurück! Habe ich denn Cobblestone? Habe ich natürlich nicht mit, wofür auch. Schnell zurück zum Haus. Ich muss kurz auf die Uhr schauen, wie spät es überhaupt ist. Damit ich ungefähr weiß, wie lange ich aufnehme, aufnehmen muss. So, zieh, Junge, zieh! Genau, so. Wieder hoch hier. Rein hier. Zett. Miau! 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 Ähm, ich habe wieder so als Monster, also Wichser aufgehoben. Äh, Eisenspitzsacke, 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 Steinspitzsacke, das ist auch nur Steinspitzsacke, das müsste reichen. So habe ich das hier nicht angelegt, hier. So. Holz haben wir genug, mit Steinen fehlen. Machen wir mal so, drei Stacks mit zur Sicherheit. Erde brauche ich. Da dürfte ein Stack eigentlich reichen. Fackeln haben wir noch. Dann klaue ich mir von oben nur noch schnell ein Bett, damit wir nicht mal zum Pennen zurückrennen müssen. So, mal hier im Brot hauen uns das Bett mal kurz kaputt. Und los geht's. So, ihr kennt die ja schon. Den Spawner, den Zombie-Spawner, um genau zu sein. Man hat hier gerade auch einen schönen gehört. Ähm, ich habe das jetzt in der Kopie mal ausprobiert. Sie ist jetzt nicht perfekt, das kann ich schon mal zu Anfang hier sagen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so effektiv ist, wie ich das mache, aber wir hoffen einfach mal das Beste jetzt. Wenn nicht, wir können ja immer noch pimpen. Vorschläge von euch nehme ich auch gerne entgegen. Ich habe ja auch bei Facebook gefragt, ob mir da nicht jemand helfen mag, hat sich ja so keiner geantwortet. Und daher muss ich es jetzt halt alleine machen. So, wir machen hier kurz die Wand weg. Hier, zack. Das reicht auch schon. Pflasterstein nehmen wir hier. Äh, genau. So. Epp, epp. So, dann machen wir mal kurz den hier. Na. Aber ein bisschen zu viel. Denn hier habe ich mir immer so einen Wartungseingang, nicht hier, sondern hier. Gebaut, genau. Damit man hier auch... Fuck. Jo, wir müssen leider nochmal zurück. Ich habe die Eimer vergessen. Ich nehme mich mal mit hier. Hallo. So. Hier muss ich auch noch zu machen, noch spawnen die hier hinter. So. Epp. Ich mache da oben jetzt auch mal zu. Ja, genau. Fast. Geh mal her. So. So. Und so. Und so. Also passt das. Jetzt brauche ich... Mal kurz so. Mache ich das dann... Ich brauche das mal alles hier rein. Kurz so einen Ofen machen. Am besten sogar... Ich mache erst mal zwei Öfen. Und da hin, da hin. Ich habe natürlich auch keine Kohle mit, ne? Ach, da geht es ja super. Da geht ja super los. Ja, passt. Dann können wir nochmal zurück. Yay. Los. Ja, das tut mir jetzt ein wenig leid, aber... Kommt davon, wenn man nicht... Genau überlegt, was man alles braucht. Hepp, hepp. Ach ja. So sehen wir immer nochmal unser schönes Haus, da hinten mit Uschi-Herz. Das begehrteste Model hier. Warum nur? Man weiß es nicht. Ich sage jetzt aber... Rein. Runter. Eimer sind hier nicht. Das sind hier auch nicht. Hier sind sie. Und was Eimer haben wir? Ich brauche... ...zwei Schilder. Ich glaube... ...Türen brauchen wir so nicht. Ich nehme nochmal zwei Eimer mit. Genau. Und, was wollte ich noch? Ich wollte das Glas hier noch mitnehmen. Zu Kohle. So, jetzt habe ich aber... ...habe ich nicht. Den Eisen wollte ich auch noch mitnehmen. Nehmen wir mal den 64er-Stack mit. Mein Schwert wollte ich auch wegschmeißen. Und jetzt hoch. Und zurück. Und zu. Puh. Bevor ich es vergesse... Ähm... Dich... Dich... Die dürften wir rausnehmen können, genau. Drei Eimer. Wasser reicht jetzt so nicht. Aber ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Hier müsste ja irgendwo auch noch Wasser sein. Wenn nicht, muss ich halt andauernd zurück zum Haus laufen. Juhu. Epp. Entschuldigung. Der Innenwasser gesehen. Ja. Gut. Top. Hier links ist auch ein Wasserloch. Was wollte ich jetzt? Genau. Ja. Ich muss hier, wie gesagt... Das ist auch mein erstes Mal. Uh. So. Das läuft dann hier. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Was ist das? Ich teste das mal kurz. Genau. Alles klar. Wir sind jetzt hier auf der Höhe. 60. Das schreibe ich mir kurz auf. So. Und jetzt heißt es... Nach unten. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwo reinfalle eigentlich. Das ist alles ja... Ausgetestet. Von daher grabe ich mich jetzt auch einfach mal so nach unten. Einfach mal wahllos. So. Jetzt mache ich es mit der Hand. Wir sind jetzt bei... 38. Wir gehen einfach mal einiges nach unten. So. Hier bin ich das letzte Mal, glaube ich, auch rausgekommen. Fragezeichen. Ja. Ja. Hier bin ich auch rausgekommen. Das nehmen wir jetzt auch einfach. Ich brauche jetzt hier den Pflasterstein. Machen wir mal zu. Ah. Hep. Oh. So. Zack. Dann machen wir hier... Machen wir die Wand hier so zu. Und da wollte ich noch. Da haben wir so zu, genau. So nicht. Zack. Wir wollen hier nämlich keinen Besuch gleich haben, während wir hier in aller Ruhe bauen. Das läuft so. Wo haben wir denn hier das Loch? Da ist das Loch. Was ist hier denn hier? Ich werde jetzt nochmal in die Tiefe gehen. Ihr freut euch bestimmt. Yay. Schon wieder in einer Höhle. Kann ich verstehen. Ich freue mich genauso. Aber eine Monsterfalle wollte ich, also eine Experience Farm, wollte ich selber schon mal unbedingt mal haben. Und da passt das doch jetzt super auch. Ja. Haben wir nicht gesehen. Oh, ich sehe auch gerade. Ich habe vergessen. Darf ich da mal kurz? Danke. Ja, dahin. Ich habe vergessen, den Glas in den Ofen zu machen. Dahin, 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 dahin. Ich komme ja auch gerade nicht nach oben, nur mal so, um hier irgendwas zu machen. Von daher muss ich jetzt kurz unten bleiben. Ich mache das jetzt ja einfach mal. Da müssen wir halt warten, bis das Glas fertig ist. Ein bisschen haben wir ja auch. Um 23 ist jetzt nicht die Welt. Hier. Dann nehme ich alles mit. Alles klar.